Der Verkehr in den Städten ist immens. Und zwar in der ganzen Welt, die Städte werden immer größer und die Bilder die wir in den Städten vermittelt bekommen, werden immer bunter. Shanghai hat sich in kürzester Zeit geändert. Keiner konnte verehrsagen, wie sie sich verändern. Und es sind immer wieder täglich oder öffentlich monatlich neue Situationen. Der Verkehr in den Städten vermittelt. Der Verkehr in den Städten vermittelt. Der Verkehr in den Städten vermittelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.